Willkommen zur Live-Ziehung der Lottozahlen. Wir starten in eine neue Runde Lotto-Glück. Es ist Samstag, der 4. Februar. Schönen guten Abend. Willkommen zur Ziehung der Lottozahlen live hier aus Saarbrücken. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und es geht wie immer natürlich direkt los. Alles ist ordnungsgemäß überprüft. Ich drücke ganz fest die Daumen. Ihnen allen viel Glück. Glück. So, mit Bremen, mit dem kleinen Bundesland, hat es Fortuna ja in letzter Zeit eigentlich ganz gut gemeint. Da gibt es nämlich nicht nur einen neuen Millionär. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die heutige erste Lottozahlen an. Das ist die 29. Ja, ein Tipper aus Bremen, der hatte hier bei uns Glück, bei 6 aus 940, 6 Richtige auf den Scheiben gehabt am Mittwoch. Der Glückwunsch zu rund 1,3 Millionen Euro. Weiter geht's mit der 33. Und dann gab es aber ja noch einen Tipper aus Bremen, der den Euro-Jackpot abgeräumt hat. Ganz alleine rund 107 Millionen Euro. Also Bremen offensichtlich die neue Glücksstadt. Die nächste, die 31. Damit also kein Supersechser hier zumindest bei uns, bei 6 aus 49. Das heißt, unser Jackpot ist weiter angewachsen. Heute stehen wir bei rund 15 Millionen Euro. Bleiben wir in den 30ern. Die 35 ist die nächste. Und auch in Hessen hat sich ein Tipper einen Platz unter den Millionären gesichert. Aber im Spiegel 77. Alle Ziffern haben die Fassblutwunsch zu 2.277.777 Euro. 37 ist die nächste. Und auch bei Super 6 gab es strahlende Gesichter letzten Mittwoch. Ein strahlendes Gesicht in Hessen und eines in Bayern. Bekunft zum Höchstgewinn von jeweils 100.000 Euro. So. So. 34 ist die nächste. So. Habt ihr schon mal durchgerechnet hier? Sind wir... Ne? Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Wir gucken uns gleich nochmal die richtige Reihenfolge an. Und jetzt machen wir jetzt nochmal also natürlich mit der Ziehung der Superzahl. Da drücke ich nochmal ganz fest die Daumen Ihnen an. Vielen Dank. So. Es geht um rund 15 Millionen Euro. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Für die 6 Richtigen. Ich muss gleich mal gucken. Mit der passenden Superzahl. Und das sollte heute bei Ihnen die 8 sein. Und jetzt sind hier nochmal die Lottozahlen in der richtigen Reihenfolge. Also 29, 31, 33, 34, 35, 37 und die Superzahl 8. Jetzt geht es weiter mit den Zusatzlotterien. Super 6. Da gewinnt 5, 2, 2, 5, 3, 9. Und noch die Gewinnzahl im Spiel 77. 1, 8, 6, 9, 2, 1, 5. So. Das war es schon. Also wenn Sie heute in den 30er-Kreuz gesetzt haben, sind Sie schon mal gut dabei, glaube ich. Ansonsten, wenn es heute nicht geklappt hat, eine neue Runde Lotto-Möcke. Wie gewohnt, nächsten Mittwoch, wie immer, 18.25 Uhr, live hier auf Saturday. Bis dahin, Ihnen allen noch ein schönes Wochenende. Tschüss, machen Sie es dann.